Bei Sera denken wir Ausbildung ganzheitlich. Wir gehen aktiv auf potenzielle Azubis zu. Wir werben in Schulen, auf Messen und in den sozialen Medien für eine Ausbildung und Karriere bei Sera. Unsere Azubis sind Mitarbeitende und Lernende zugleich. Wir bieten von Anfang an Möglichkeiten zur Mitgestaltung von Prozessen und Projekten. Ich habe am Creative Hub mitgearbeitet. Das war ein cooles Projekt. Wir Azubis konnten alles selbst entwickeln und entscheiden und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Wir gehen mit dem Recruiting-Team gemeinsam auf Messen oder arbeiten mit dem Social Media Team zusammen, um die Ausbildung hier zu bewerben. Ich finde es super, dass ich hier von Anfang an ernst genommen werde. Dass wir vom ersten Tag Teil des Teams sind und hier die einen Chance bekommen. Jeder neue Seraner bekommt von Anfang an einen Mentor an seine Seite gestellt. Und nach Abschluss der Ausbildung bieten wir jede Menge Möglichkeiten zur Weiterbildung. Dies gebe!